guten abend leute wir haben heute den 15.11 ein tag vor release von pokémon let's go pikachu und evoli und wir haben direkt ein problem bevor wir das problem ansprechen spreche ich folgendes an es wird gleich wieder einen lol livestream geben da werde ich wahrscheinlich mit meinen puzen zocken und ich gehe mal davon aus mein arbeitskollege der kommt auch wieder abends wärme abend und dann auch wieder nach ein paar stunden vielleicht auch schon direkt am anfang und ja da seid ihr herzlich eingeladen also da fangen wir spätestens um 20 uhr an aber wirklich spätestens kommen wir zum problem ich habe heute eine benachrichtigung bekommen von meiner bestellung der stream wird sich zu 90 prozent weiter nach hinten verzögern der pokémon stream ich finde das persönlich scheiße von dem was ich mitbekommen habe wird das paket aus dem lager aus polen geschickt was insofern problematisch ist weil ich hier im fast totalen westen deutschlands wohne da ist es einmal quer durch deutschland und ja erwartete zustellung ist bis 23 uhr das ist scheiße ihr seid trotzdem eingeladen ab 22 uhr oder früher wir werden das so machen ich werde einen stream auf jeden fall ansetzen für 22 uhr für pokémon das ist sozusagen der stream termin für kommt wirklich so spät oder noch später und dann werden wir am anfang vom stream gemeinsam aufs paket warten ein bisschen sprechen ein bisschen werde ich über pokémon um erzählen alles mögliche und vielleicht spielen wir irgendwas im hintergrund und wenn ihr bock drauf habt das solltet ihr mir bitte jetzt untergekommen in den kommentare schreiben bitte machen wir davor noch ein stream bis 22 uhr wo wir dann äh lsorts zocken oder minecraft oder irgendwann was man einfach unterbrechen kann also nicht lol weil wenn du damit in der runde bist dann hast du verschissen äh und dann zocken wir das und hoffen einfach dass das paket währenddessen kommt weil dann können wir früh mit dem stream anfangen ja also noch mal ein kurzdurchlauf heute abends ab spätestens äh halb acht wirklich alles spätestens wahrscheinlich schon vorher league of legends stream wieder mit meinem cousin eventuell dem arbeitskollegen dem christoph morgen 22 uhr spätestens fängt der let's go stream an für pokémon wo wir vielleicht am anfang erstmal darüber reden werden weil wir aufs paket warten müssen und wenn ihr wollt bitte in die kommentare schreiben spielen wir davor bis 22 uhr lsort minecraft oder irgendwas was sich einfach unterbrechen kann damit wir nicht so hier sitzen und drum warten ja scheiß nachricht ich weiß ähm gut dann kommen wir jetzt zu was persönlichem ne was nicht unbedingt mit videos und uploads zu tun hat ähm dieser gastroenterologe der sich um meine leber kümmern möchte und sich auch drum kümmert der hat mir gesagt die werden sich bei mir nur kampfhaft versuchen zu melden wenn irgendwas nicht in ordnung ist problem ist ich habe da gestern angerufen habe nach den werten gefragt habe gesagt die sollen mir auf den anrufbeantworter sprechen äh pustekuchen die haben glaube ich insgesamt sechs mal versucht anzurufen wollten nicht auf den ab sprechen anscheinend und äh das ist für mich jetzt so halber alarm weil ich weiß da ist irgendwas da wollen wir drüber reden auf jeden fall und auf jeden fall schnell aber ich weiß halt noch nicht was da weil die mir nicht auf dem ab sprechen wollten mein hausarzt kümmert sich drum da war ich heute weil ich heute generell ein problem hatte mit schmerzen in der leberregion und die stimmung ging runter ohne ende äh ich halte euch da auf dem laufenden keine sorge ich sterbe nicht ich habe nur schmerzen und man muss gucken damit man was dagegen macht gut da wird gerade beim nachbarn geklingelt wir sehen uns dann gleich im league of legends stream und wirklich morgen spätestens um 10 uhr ab 10 uhr im let's go stream und bitte 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 ladet freunde ein familie die spaß am pokémon haben von mir aus teilt es auf twitter ich werde das ja auch auf twitter und facebook senden teilt es da drauf mein ziel ist es dass wir wirklich morgen verdammt viele leute sind und ein bisschen durch die nacht zocken bis 2 3 uhr und gemeinsam spaß haben und dass wir auch ein bisschen größer werden vom kanal her dann an die neuen mitglieder sage ich schon mal im voraus hallo willkommen dann dann okay nachweis anscheinend nicht da dann wünsche ich euch einen wunderbaren abend die hälfte von euch sehe ich wahrscheinlich gleich im lolstream dann dann dann